Ah, das ist der Wahnsinn, Öder. 18 verschiedene Klassenhaber. Und es werden aber noch mehr. Noch viel mehr. Schon wieder eine Bronzerbahn. Super. Kann ich schon wieder liefern, Alter. Kann ich schon wieder einkaufen gehen. Super. Kann ich nicht gleich liefern? Nein. Das Geschissen einsetzen. Außer der andere Haverer hat es. Wenn der andere Haverer das hat, das wäre jetzt echt super. Ja, Zinnstein. Perfekt. Ich würde aber sogar noch ein bisschen einkaufen gehen. Das ist wenigstens nicht so teuer. Weißt du, was ich meine? Das ist dann wenigstens leimend. Zinnstein, da machen wir auch einen 50er draus. Hätte ich gesagt gehabt. Das ist dann wenigstens nicht so teuer da. In dem Bereich. Das ist wenigstens das leimende. Ja, mach auch so ein Zehner draus. Jetzt werden wir wieder ein bisschen Geld verlieren, aber ist jetzt nicht so tragisch. Machen wir einfach die Dinge jetzt mal alle so ein Zehner. Das ist ja super. Das, 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 das passt. Nur sich jetzt halber. Platz haben wir eh, oder? Um so ein Schlecken. Um so ein Schlecken haben wir noch einen Platz. Aber passt schon. Passt. Habts auch wir ihm Geld ausgeben. Mal wieder. Es geht eh. Geht eh. Wir haben noch Platz. Wir haben noch Platz. Passt. Ich hätte einmal wieder gesagt, theoretisch gesehen könntest du eigentlich das machen, weil Panzerbahn haben wir eigentlich schon längst gemacht. Weil da war nur nicht mit einem Schmied Haverer. Aber okay. Ist ja nicht so, wie hätten wir das schon einmal gemacht. Passt. Aha. Da sehst du aber schon wieder. Dies. 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 Da kannst du aber wieder schön austoben. Für die ganzen anderen Klassen. Das finde ich wieder super. Das finde ich echt leicht. Dass du wieder richtig schön austoben kannst. Aber ich würde mal sagen, tun wir ein paar Runzerbahnen da fabrizieren. Denn dessen kannst du immer scheißen gehen. Bis die alte da fertig ist. Und ich bin definitiv angespannt. Hauptsache wir sind einmal bis ungefähr Level 5. Das wäre super. Ah, wird gewerkelt und gewerkelt. Hahaha. Kann man wenigstens auch die Umgebung da so ein bisschen genießen. Und alles. Auch nicht schlecht. Oder das Feuerwerk. Zum Beispiel. Bis deppert. Wenn ich dir die ganze Zeit da so hakele. Bis deppert. Bis deppert. Jetzt so ein Hasel. Wie der Rock. Bei der Tante musst du aufpassen. Bis deppert. Die hat einen Griff in der Hand. Die gibt dir die Hand und bricht dir die währenddessen. Die sagt einmal noch Hallo. Hahaha. Das wärs, Alter. Bis deppert. Aber nur mit der Rechten, Alter. Wahnsinn. Gehst du ein, Alter. Und nicht, weil es stinkt. Aber erst machen wir da noch zusätzlich da. Das ein oder andere Häkchen. Wär auch nicht schlecht. Wär super. Bei der alten, Alter. Gehst du ein, Alter. Wenn es der einmal in den Handgriff gibt. Bis deppert. Ja, was halt geht, geht. Schwertau. Bringt sich zwar halt eigentlich überhaupt fast nix. Aber finde ich trotzdem super. Gerade später. Na sicher. Später wird das auf alle Fälle viel, viel besser. Viel, viel wichtiger. Und alles. Bronzeniten kann definitiv wichtig werden. Habe ich so das Gefühl. Ich finde aber auch wieder so Leimann. dass du von den ganzen anderen Klassen immer wieder. Oder von den Schlachten immer was mitgenommen hast. Und dies dann für die, für die Klasse. Und dann wieder für die Klasse verwenden wirst. Und das finde ich. Baba mäßig. Richtig. Gut. Durchdacht. Meiner Meinung nach. Bam 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 bam. Hab so das Gefühl. Bronzeniten. Die Tante wird das brauchen. Ich will mich jetzt schauen was du tun. Möchte. 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 hin. Und dann schauen was correr so sein. Beziehungsweise. Wir wollen ja sowieso nur mal die Level Fünfer-Mission abschließen. Da würde ich echt gern einmal wieder ein bisschen Story erleben. Weil wir haben jetzt. Ja ich würde sagen gute 10 Stunden mal wieder hier verbracht. Ohne Story ohne nichts. Oder ohne irgendetwas. Beziehungsweise vielleicht sogar mehr. Na viel mehr eigentlich so. weil wir haben ja eigentlich quasi in der ersten stadt haben wir die story und so alles drum und dran den ersten arg einmal abgeschlossen dann mussten wir mal von a nach b reisen mal alle bescheid geben dann haben im zweiten gebiet alle klassen gestartet und jetzt im dritten gebiet haben alle klassen gestartet oder ich glaube sogar vielleicht sogar 20 stunden seit 20 stunden haben es vielleicht sogar schon einmal mehr die story jung wieder weitergemacht sehr wahnsinn oder sehr wahnsinn aha der brunzebann aber schon aber viel besser als es über andern aha schaut hochwertiger aus viel hochwertiger der will mich fixen und budern fix also kleiner zeit kickte was immer die ganzen sachen hält und ich auf dem drauf haben einmal unabsichtlich ob aus gut stammen bringen wir mit den nächsten lehrling weil dahinten machen sie es zu zweit das finde ich leihwand das wäre so ein bisschen so eine kleine koop geschicht wo man wirklich vielleicht sogar das ein oder andere talent zu zweit machen müsste wäre sicher geil aber für die ganzen einzelspieler kollegen da wird es glaube ich definitiv komplett abschrecken aber wäre schon ein hit wäre vielleicht auch mal wieder was neues wenn man sagen würde okay man führt einmal das so ein dass man vielleicht mal eine klasse das so machen könnte dass man halt nur quasi die mal zu zweit oder zu dritt oder zu viel aber dafür hätte man auch wieder die raids und die strikes also dementsprechend machen wir da was oder es wird zeit für die story ich hab einfach nur übelst bock ist halt jetzt wieder eine frage na du bist mir wurscht wir haben aber glaube ich noch eine andere mission offen oder wir sollten jedenfalls zumindest eine andere mission offen haben also beim archiv jetzt einmal 19 inhalts suche na kann es auch nicht sein ich habe ich habe ich habe ich habe Vielen Dank.